Na, Granny? Geht's im Candy? Was hab ich noch? Kannst ja hier tanzen mit den echten Hasen sehen. Hast du dort einfach drauf gedrückt? So geht das nicht! Drei, zwei, eins! Herzlich willkommen zurück zu Overwatch mit Nephias. Hallo. Natürlich mit Nephias, ist ja irgendwie schon die letzten 100 Folgen wieder so. Wann? Wann kommt eigentlich mal wieder mit Lu? Wenn Lu auch Lust hat. Gesehen, Lu ist schon seit 61 Tagen oder nicht Stunden nicht mehr online gewesen. Das fiel im Overwatch-Universum. Das bedeutet... Nein! Von der eigenen Tochter. Einen Tochter. Aua. Du gehst nicht davon aus. Meinst du, es gibt irgendwann so einen Plot-Twist und dann stellt sich heraus, dass Brigitte die Tochter von Arna und Torbjörn ist? Möchtest du gerade sagen, Arna hat mit jedem gebumst? Ich habe meine Tochter gekillt. Naja, keine Ahnung. Oder dass Farah die Tochter von Arna und Torbjörn ist? Ist alles möglich. Das Geschütz hinten rechts ist fast da. Ich habe meine Tochter von Arna. Ich habe deine Tochter. Ich habe deine Tochter. Ich habe deine Tochter. über 45 plus ausgeschlossen, toll. Dabei sind das eigentlich immer die die, äh, guten Zuschauer, ne? Die vernünftigen, die halbwegs vernünftigen, meinst du? Keine Ahnung, was hier gerade passiert. Nichts Gutes, aber. Danke. Mit Anna muss man halt no-scopen können, das kann ich nicht. Oh, lol. Brigitte ist gehackt. Komm, ich hab den Torben extra runtergeholt, damit ihr den Turm nicht mehr... Okay, der Turm ist weg, ja. Okay. Oh, come on! Tracer sind uns. Oh, und Reeper teleportiert sich. Nein! Rookie mistake. Ey, Lucio ist jetzt schon nervig, ne? Mittlerweile. Die haben Lucio noch gepatcht, alter. Messes gelesen, einer hat schon gelieft, alter. 1 zu 0, ich geh! Jetzt haben wir auch White Dragon. Lucio wird noch nerviger in Zukunft, das ist so jetzt. Der ist doch schon nervig. Ja, aber der klebt jetzt noch mehr an Wände. Der kann um Wände rumsliden, ne? Ja, mit Space einfach gedrückt halten, weißt du? So voll easy. Alter, der Skin von dem der Neue sieht voll geil aus, wenn man den in der Ego-Sicht sieht. Ja. Bleibst du, Lucio, dann wechsle ich nämlich. Ich bleib. Ja, mit Brigitte, dann muss ich ja nicht Arna spielen. Hat Arna nicht so gut geklappt. Die können anstelle von Divas Mech auch mal so ein Motorrad machen. Das wär mal ein cooler Skin, Alter. Oh Gott, tötet doch die Brigitte. Was? Nein, sie hat einen halben... Wie viel hatte sie noch? 2 HP. 2 HP hätte sie noch gehabt. Das nicht... Was, Tracer? Hau ab, Alter. Hätten nicht liefen dürfen. Hätten nicht liefen dürfen? Ja, als ich da meine Dateien aufgeräumt hatte. Du bist schuld. Ja. Wir haben nämlich, waren in dem, in dem guten, in dem guten Dings drin. What the fuck? Ich schaff das noch? Okay, cool. Oh mein Gott. Wir haben auch Doomfist. Achso, weil ich Roadhog war. Wir haben auch Doomfist und wir haben... Goldheilung? Ich hab Goldheilung. Ja, klar hast du das. Bist du Lust, ja. Ja, weil ich Roadhog war. Ne, weil ich Roadhog war auch vorher. Ja, aber wir haben ja eine Brigitte. Die Brigitte halt auch nicht schlecht. Ach man, der soll mal rauskommen. Gleich wieder Out of Mech. Direkt. Ach, jetzt steht er am Turret. Okay, Healing bringt nichts bei dem Team. Mach Speedboost. Wir haben auch schon eine Widow. Wir haben auch schon McRee. Wir haben alles gegen Farah, aber keiner killt sie. Naja, wir haben alles, was Gutes gegen Farah. Und niemand tötet sie. McRee haben wir auch hier. Ja, sag ich ja. Alle Hitscans am Start. Einen Soldier haben wir auch. Einen Zahnso auch. Er ist so low. Er hat... Was? Wie viel HP hat er? Molten Core, Alter. Brigitte hat gerade Highlight des Spiels gekriegt. Drei HP. Ich spüre dir, es lohnt sich. Ich habe gerade einen Rotog 1v1 und er hatte noch drei AP und kriegt mich schon noch. Das gibt's nicht. Das war nicht GG. Hör auf GG zu schreien. Ich dachte, dass er den Brigitte gekriegt hat. Er hat einen Dreifach-Kill. Oh. Read my name, read my name. Tschüss Brigitte. Das war so dumm. Ach, der Luz-Blo. Au. Du warst ein Highlight. Das schläft. Das sah scheiße aus. Ja, danke. Selbstzeilung. Ja, da kann man abroten. Hab ich gemacht. Das war ganz schön kacke. Ich hab's selber in der Minion. Nicht, dass man so sagen darf. Drei. Zum Glück wird das eine neue Gruppe. Das ist ganz schön assig. Was gibt's heute bei dir zu essen? Spinat, Kartoffelbrei und Spiegelei. Klassiker. Und bei dir? Hotdogs. Oh. Ist auch nicht schlecht. Möchte ich auch mal wieder essen. Vergess das immer, dass ich auch mal wieder Hotdog essen muss. Gestern hatten wir Sushi. Sushi? Bestellt? Mhm. War geil. Ich hatte, da ich ja nicht so der rohe Fisch-Fan bin, hatte ich so Chicken-Sushi. Das war ganz geil. Also natürlich ohne rohes Hühnchen. Das war ganz geil. Da ich nicht so auf rohen Fisch stehe, aber auf rohes Chicken, dann hab ich mir die Chicken-Dinger genommen. Schön die Salmonellen reingefiffen. War ganz geil. Ja, es war nice. Krabbenchips dabei. War gut. Krabbenchips. Also die weißen Runden. Die weißen, genau. Die mag ich nicht. Wieso nicht? Wann ich, sind nicht so meins. Ich bin eigentlich so ein Fisch-Kretang, weißt du, der das ich nicht isst. Aber Krabbenchips esse ich, Alter. Krabbenchips finde ich nicht so geil. Ich hab lieber so die... Die Fanny frisch. Sushi allgemein ist halt geil. Am besten ist halt... Ich ess halt rohen Fisch nicht so. Ich ess jetzt, also ich ess auch Lachs eigentlich nicht so. Am besten sind die, die so leicht angebraten sind. So angebratene Lachs oder so. Mein Vater nannte gestern Aal. Äh, Aal ist auch nicht schlecht. Aal aber dann nicht so im Sushi, sondern Aal eher so auf Schwarzbrot. Bei der Hose hab ich schon Aal. Das ist genauso schleimig, man. Wenn ich drei Wochen nicht duschen war, riecht der auch so. Ja, ja, ja. Das ist nicht werbefreundlich. Was? Ich hab nur von meinem Aal geredet. Ich hab mal Aquarium hier stehen. Da ist ein Aal drin. Du bist safe. Keine Widow? Okay, ich spring. Oh, sag doch, dass die Mä da ewig rumsteht. Die hätte easy wegshotten können. Die Mä steht da so easy rum. Nice. Barriere ist weg von Reinhard. Ja. Anna ist wieder gespawnt. Mä ist aber weg. Sim ist auch weg. Die hast du weggemacht. Sehr nice. Eigentlich war die Barriere weg vom Reinhard. Weiß nicht, was da passiert ist. Oh, lol. Ich will weg. Okay. Anna ist sehr gut. Anna ist low. Nice. Der Reinhard wird gleich wiederkommen. Was Quickplay ist, läuft auf dem Po. Cool. Läuft relativ gut. Ah, nein. Oh, den Hook versaut. Jetzt hab ich den Skin gar nicht richtig. Scheucht sie raus. Ne, nicht den Skin hier. Das Imon-Mode. Ich guck nochmal. Was macht er denn? Macht was mit seinen Füßen. Okay. Im Hinterhaus ist was? Tracer ist oben auf dem Vorsprung, ne? Oh, lol. Die sehe ich dir. Sehr gut. Na, ist dann so. Genießen wir den Scatter, solange er noch da ist. Ich habe Primal Rage und sein muss. Brigitte in der Ulti, kriegst du nicht down, Alter. Nein! Oh, nein. Nein, nein. Ich hab's kommen sehen. Jeff spielt auch mit, deswegen läuft's so gut. Welchen Hero, glaubst du, spielt Jeff am liebsten? Jeff Kaplan? Oh, da hat er mal was drüber gesagt. Aber er spielt nicht so gut, hat er gesagt mal. Ach, hau doch ab, Tracer! Man, okay, man. Er spielt nicht so gut, hat er mal gesagt. Ne, da spielt er so Silber-Bronster so. Er muss ja auch nur Ideen haben. Ich hab aber gesagt, der Mann entwickelt den ganzen Tag das Spiel, der hat keine Zeit zu spielen. Was heißt, er entwickelt, er muss sagen, was zu tun ist, was durchgewunken wird und dann wird er gemacht. Oh, nein! Oh, man, haben sie denn hier auf einmal drei? Oh, man! Komm, die hat nichts mehr. Brigitte beredet mir nicht. Ja, vom wegen. Ja, sie hatte ihr Schild oben. Das ist sehr gut. Wen, Nano, bustet sie am besten? Genji, ne? Ja, mich oder Genji. Bestimmt, du bist du, ja. Du warst da eben noch wieder. Ja, dann kam die Tracer ständig. Geh mir auf die Eier. Oh, oder mich! Ja, auch gut! Das lief ja schon mal ganz gut. Das lief ja schon mal ganz gut. Ja. Anna tanzt. Oh, die haben eine Pharah jetzt. Ich weiß ja nicht, warum sie Pharah picken, wenn ich Soldier bin. Ja, nice. Doppelkill. Du bist halt die, die werden halt spawnen. Bevor wir da sind. Hä, wieso treffe ich die anderen nicht? Okay. Noll. Fire in the hole. Ich bleibe von oben. Herr war. Oh Gott. Junkwild von oben. Ich bin down. James ist da. Hallo James. Badass Panties. Badass Panties. Spectating. Badass Panties. Okay, wir sind alle da. Außer du. Ja, die Pharah hat mich geholt. Wann hat Hanso Ulti? Noch nicht. Ja. Wir müssten noch so ein paar Ultis machen, ne? Wir haben noch 40 Sekunden. Von daher sollte das passen. Hä, 40? 4 Minuten. 4 Minuten. Oh, sorry. 40 Sekunden. Farah down. Als ob. Reinhard, 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 Reinhard. Ja, ich bin tot. Die Tracer hat mich gebombt. Die hat mir eine gepinnt. Und wenn dann die Brigitte hinter dem Reinhard-Schild plötzlich auftaucht, weißt du? Hm. Das sieht sehr gut aus. 4 Picks. Ah. Pharah wird ihre Ulti haben. Bastion! Aber wir machen Sebastian. Pharah lebt noch. Ich hab ihr nach Helix entgegengeschossen. Die haben Bastion. Keiner hat auch Pharah geschossen, ey. Und wir haben McCree. Und Hanso! Und Senden! Man hätte es machen können. Aber... Komm. Was soll es? Was soll es, Nefi? Ich hab ne Ulti. Wo ist Bastion? Wo ist Bastion? Brigitte ist down. Bastion ist auf der Payload. Ja, natürlich dreht er sich um. Der ist down. Oh, endlich! Oh Gott sei Dank. Er hat sich nämlich voll zu mir umgedreht, ey. Oh, unser McCree ist zu Tracer gewechselt. Hm. Viel hat er erwischt. Oh, Bastion ist... Dings. Genanot. Haha, Bastion ist da sehr... Bastion ist der einzige gewesen, der da stand. War das unser? Ne, das war die Gegnerin schon. Die geliebt ist. Und wir müssen es trotzdem angucken. Man lief doch nicht beim Play of the Game. Was ist das denn? Erstmal lieben. Der Hansen hat aber auch schon mit seinem Leben abgeschlossen. Der Hansen hatte keinen Bock mehr, sag ich dir. Ne, ne. Das hätte er noch geschafft, aber... Gut, das war's mit der Folge auf dem Wunsch. Wir sehen uns im nächsten Mal wieder so. Im nächsten Mal? Beim nächsten Mal. Bis... Im nächsten Mal. Im nächsten Leben. Tschüss. Tschüss.